Gestern gab es eine wundersame Erholung der US-Aktienmärkte. Nach sehr schwachem Beginn sind die meisten Indizes noch ins Plus gedreht an der Wall Street, mit Ausnahme des Russell 2000. Dieses Index, der wahrscheinlich die amerikanische Wirtschaft am besten abbildet und es gibt aber gleichwohl, trotzdem wir dann beim S&P, dem Light Index, ein neues Allzeithoch erreicht haben, das 49. gibt es ein ominöses Zeichen, auf das man achten sollte, denn dieses Zeichen tritt erst mal seit Beginn der Rally dem März 2020 auf und das wollen wir uns mal anschauen. Ein kurzes Panorama entwerfen, wo wir derzeit stehen. Dieses ominöse Zeichen, das ich angesprochen habe, das ist der sogenannte Margin Depth. Das ist also die Hebelung, die die Amerikaner hier in ihren Depots haben und das erste Mal seit März 2020, als der Tiefpunkt der Corona-Crash-Situation war, sehen wir, dass der Margin Depth rückläufig ist. Wir hatten das schon im letzten Monat, ist ja nur ein bisschen gewachsen, so wenig wie auch noch nie zuvor und jetzt sehen wir das erste Mal einen richtigen Zacken nach unten. Jetzt kann man sagen, okay, das ist eine Zahl und das stimmt, das ist natürlich jetzt noch nicht so aussagekräftig, aber es zeigt im Mindesten, dass ein paar Chips vom Tisch genommen werden, dass die Hebelung nicht mehr so groß ist. Und ich habe mir in einem Artikel, den ich glaube ich vor fünf Jahren geschrieben habe, mal die Margin Depth-Historie angeschaut, also diese Hebelungshistorie. Die FINRA veröffentlicht ja diese Daten und es ist feststellbar, dass letztendlich Umkehrpunkte sowohl nach unten als auch nach oben meist dann stattfinden, wenn der Margin Depth beginnt wieder zu steigen. Das sind dann die Umkehrpunkte nach oben oder beginnt zu fallen, das sind dann die Umkehrpunkte nach unten. Hier zum Beispiel in der Finanzkrise fiel der Margin Depth auf ein neues Tief im Februar 2009, im März erreichten dann die Aktienkurse ihr Tief, um dann zu steigen, also ein Monat Verzögerung. Wir haben dann auf der anderen Seite etwa das Jahr 2006, da ist der Margin Depth auf ein neues Hoch gestiegen und hat dann, beziehungsweise die Aktienmärkte stiegen, stiegen, stiegen. Im Juli 2007 erreichten dann die Aktienmärkte ein neues Hoch, dann ging der Margin Depth zurück, die Aktienmärkte stiegen weiter bis Oktober, dann setzte der herbe Abverkauf ein innerhalb der Lehman-Pleite etc. Also wir sehen auch hier in dieser Grafik unten von Wall Street, es gibt einen Zusammenhang zwischen Margin Depth und eben den Aktienkursen. Wenn der Margin Depth steigt und die Aktienkurse fallen, dann ist das ein gutes Zeichen, wenn die Aktienmärkte steigen, aber der Margin Depth fällt, dann ist das ein Warnzeichen. Das muss sich nicht sofort auswirken, das ist jetzt nicht gesagt, dass heute die Kurse fallen, dass morgen die Kurse fallen, aber man sollte darauf achten, dass da etwas im Busch ist, dass da etwas stattfindet und muss sich diese Daten auch des nächsten Monats anschauen. Wenn sich das bestätigt, dass der Margin Depth weiterfällt, dann zeigt das, dass das hier ein Enthebelungsprozess und ein Liquiditätsprozess der Fall ist, der wirklich zu beachten ist. Schauen wir uns mal die Wirtschaft an und dann sehen wir, ja, es geht bergab, muss man leider so sagen. J.P. Morgan Real GDP Forecast für global und für Asien, vor allem für Asien geht es deutlich nach unten in den letzten Tagen und Wochen sieht die Economic Surprise Index für die 10 führenden Wirtschaftsnationen auch ins Negative gedreht. In den USA ist dieser Index ja auch schon negativ und wir sehen heute die Einzelhandelsumsätze in den USA, die ja so wichtig sind für die US-Wirtschaft, weil der Konsum 70% abbildet des BIPs. Und wir sehen, die Konsens-Erwartung ist bei minus 0,2%. Bank of America geht aber davon aus, dass wir minus 2,3% sehen werden, dass die Daten also schlechter werden. Erinnern wir uns, wir haben am Freitag das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan gesehen mit diesem herben Einbruch, dem stärksten Einbruch seit mindestens 10 Jahren. Das hat es so ganz, ganz selten gegeben und wir sehen auch Kreditkartendaten von J.P. Morgan hier oben. Restaurants, Airlines, Lodging geht alles zurück, eben wegen Corona, weil eben diese Delta-Variante auch in den USA das Verhalten offenkundig wieder beeinflusst. Und möglicherweise dann auch auf die Zahlen jetzt der Einzelhandelsumsätze, die um 14.30 Uhr kommen bei Finanzmarkt-Welt, meine Damen und Herren, schauen wir uns da mal rein, beeinflussen wird. Jetzt haben wir eigentlich bullische Charts nach wie vor, gar keine Frage. S&P 500, Dow Jones und der Nasdaq. Aber wir haben eben auch eben diesen Russell 2000 hier als ETF der IWM, IWM also. Und wir sehen, dieser Index sieht nicht so gut aus, wir sind schon seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Wie gesagt, dieser Russell 2000 ist so ein bisschen, weil er sehr stark auf Binnenwirtschaft konzentriert ist, so ein bisschen ein Spiegel vielleicht, der beste Spiegel der amerikanischen Konjunktur, weil da eben jetzt weniger Großkonzerne drin sind, die weltweit operieren, sondern viele, die eben nur in den USA operieren. Wir sehen, dieser Index ist schon lange in einem seitwärtsen Move und jetzt ziehen sich die Bollinger Bänder extrem zusammen. Und das bedeutet, normalerweise kommt da ein großer Move. So wie es aussieht derzeit, kommt der Move nach unten. Es kann aber auch natürlich nach oben sein, aber so von der Struktur her sehen wir, dass wir jetzt kurzfristig einen Aufwärtstrend gebrochen haben. Die technische Situation verschlechtert sich und wir sehen auch, dass dieser Russell 2000 eben auch schwächer ist als die anderen Indizes. Normalerweise sind die Small Caps eine Art Frühindikator. Aber wie gesagt, das kann sich hinziehen, das muss nicht sofort passieren. Es ist nur sprechend, dass eben hier manche Dinge schon so ein bisschen Warnzeichen geben. Wir sehen, dass die defensiven Sektoren sehr stark laufen, wie Utilities zum Beispiel auch gestern wieder. Vorwiegend defensive Sektoren, die sehr gut gelaufen sind. Utilities, Real Estate, all diese eben, die sonst normalerweise gesucht sind, wenn Risk-Off der Fall ist. Gleichwohl eben gestern der S&P 500 dann das vollendete, was im März 2020 begonnen hat. Er ist um 100% gestiegen seitdem. Und das ist die kürzeste Frist, in der der Index jemals sich verdoppelt hat. 354 Tage hat es gedauert. Davor war der Rekord von März 2009 bis Februar 2020. Da hat es 540 Tage gedauert. Ja, wir sagen ja über alle Statistiken, auch über das. Also die Rekorde werden immer kürzer und es ist natürlich so, dass Aktien immer steigen, meine Damen und Herren. Deswegen ist damit zu rechnen, dass wir wahrscheinlich in 170 Tagen dann die nächste Verdoppelung haben beim S&P 500. Das wäre normal. Und wir sehen, was gestern da passiert ist. Das sieht irgendwie aus wie so eine Algo-Rallye, die wir hier erlebt haben. Vielleicht hat da der Cheromi mal ein bisschen auf die Enter-Taste gedrückt, gell. Und gesagt hat, wir kaufen mal jetzt mal für die Fed, statt Anleihen, statt Anleihen kaufen wir mal direkt Aktien, gell. Weil wir haben gestern ja eine Botschaft verkündet. Mit der Cheromi dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass hier dieser August bisher, naja, ein bisschen zum Einschlafen ist. Wir sehen durchschnittlich eine Bewegung beim S&P 500. Von 0,5 Prozent von Tageshoch zu Tagestief. Das ist somit das Geringste, was wir seit vielen Jahrzehnten sehen. Es gab mal im Jahr 2017 dieses Horrorjahr für mich, weil es so ein absolutes Langweilerjahr war. Gab es eine ähnliche Situation, nur das ganze Jahr mehr oder weniger. Insgesamt sieht man normalerweise einen Drawdown, also eine Korrektur in jedem Jahr von durchschnittlich 14 Prozent. Wir hatten jetzt diesmal maximal 4 Prozent. Das gab es nur 1980, 1995 und 2017. Also es ist so ein Markt, wo keiner raus will. Aber wir sehen eben da erste Anzeichen, dass sich die Dinge verschlechtern. Könnte auch damit zusammenhängen, dass die Fette bald agieren wird. Heute Abend, ich glaube 1930, eine Rede von Jerome Powell. Da wird man sehen, ob er vielleicht im September schon hier oder den Weg bereiten wird, dass im September offiziell verkündet wird. Wir werden das Tapering beginnen, also die Reduzierung der Anleihekäufe. Das ist ja gestern von der FED praktisch durchgesteckt worden an zwei Finanzmedien, an das Wall Street Journal und an CNBC mit einem ziemlich genauen Plan. Es wird acht bis zehn Monate dauern, dieses Tapering. Man wird dann also Mitte 2022 fertig sein. Es ist nicht so, dass die Medien das jetzt erfinden, sondern da haben Insider aus der FED diesen Medien das gesteckt, was die FED vorhat als eine Art Versuchsballon, Testballon. Ich hatte es gestern im Markeflüster gesagt. Und wie wir vorhin gesehen haben, dann haben Algos ein bisschen nach oben gekauft. Es wird Shirumi nicht geschadet haben, obwohl der vorwiegend im Russell 2000 investiert ist, wenn man mal sein Portfolio genauer anschaut. Insgesamt haben jetzt in Sachen Portfolio Hedgefonds und andere offen liegen müssen, welche Position sie haben. Und Michael Berry, der bekannt ist aus The Big Short, ist sehr stark short in Cathie Woods' Ark Innovation, der ja auch nicht so gut gelaufen ist, schlechter als der Nasdaq gelaufen ist. Sie hat ja vorwiegend unprofitable Tech-Unternehmen drin. Jedenfalls ist er da dick short, hat auch seine Position in Tesla aufgestockt, seine Short-Positionen. Nämlich mal gespannt, wie das aufgeht. Es sind ja meine besten Freunde, G.T. Illern und die Cassie. Also das sind diejenigen, die für mich hier praktisch symptomatisch sind für das Geschehen an den Märkten, eine Art Blasensymptom. Und jetzt ist die Frage, wie geht es für die Märkte weiter? Gar keine Frage, das was passiert ist in Afghanistan, das ist ein Rückschlag für Biden. Obwohl er letztendlich ja dieses ganze, diese ganze, naja, wie soll man sagen, das ganze Elit nicht zu verantworten hat. Andere sind nach Afghanistan reingegangen, andere haben beschlossen rauszugehen. Er hat diesen Beschluss dann letztendlich umgesetzt. Das ist ziemlich mies gelaufen, weil es viel zu schnell ging, dass die Taliban hier das ganze Land erobert haben. Aber dennoch, es dürfte den Demokraten schaden. Das hat politische Implikationen. Könnte auch, wie Barron hier schreibt, mehr Volatilität an den Aktienmärkten bringen. Und wie gesagt, wir könnten Volatilität gebrauchen nach diesem bisher sehr ruhigen August. Und vielleicht sorgt das hier für Volatilität. Nämlich ein Bericht auch im Wall Street Journal. Von dem ehemaligen Chef der CDC, also der obersten Seuchenbehörde, der sagt, das was da passiert ist in Wuhan, ist wahrscheinlich ein Unfall. Es ist ein Unfall. Das Virus ist aus dem Labor entkommen durch einen Unfall. Man versucht das hier damit zu belegen, dass Satellitenaufnahmen zeigen, dass dann offenkundig hier das Areal abgesperrt wurde, schon im Sommer 2019. Dann im September plötzlich die Belegungen von Krankenhäusern massiv zunahmen, das Verkehr von den Krankenhäusern zunahmen. Das sind natürlich schon sehr, sehr gute Indizien. Und das könnte natürlich auch ein Faktor für die Märkte sein, denn wenn die Amerikaner jetzt dahergehen und ein Joe Biden ist jetzt angeschlagen und sagen, liebe Leute hier in Peking, gell, dies war jetzt euer Virus. Wir hätten gerne mal einen Schadensersatz. Dann würde es sicherlich nicht gerade weniger Volatil werden an den Aktienmärkten. Noch ist es nicht so weit, aber es könnte ein erster Schritt sein, wenn das renommierte Wall Street Journal so etwas bringt. Dann scheint das immer mehr Konsens zu werden, zumal jetzt zwei führende Protagonisten des US-Gesundheitssystems der Forschung eben das genau jetzt gesagt haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, das bedeutet alles nicht, dass wir heute fallende Kurse sehen, morgen fallende Kurse sehen, aber es ist auf jeden Fall auffällig. Ein erstes ominöses Zeichen, dass wir hier ein bisschen Sand im Getriebe haben könnten nach dieser fulminanten Rallye, gar keine Frage. Jetzt wünsche ich Ihnen das Allerbeste und sage Servus und Ciao.